So, da sind wir wieder frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk, halt die Fresse. Entschuldigung, ich wollte doch nur was sagen. So, mal nach unserem Feld gucken, würde ich sagen. Hier ist ja alles irgendwie... Ah, scheiße, ich hab's falsch abgebaut. Nein, das wollte ich nicht. Und das muss man auch so machen. Nein, nicht essen. Und auch keine... Ah, gehen wir in den doofen Piss. So. Was kann ich denn da hin tun? Eine Blume. Mach mal eine Blume hier hin. Dann können wir nämlich hier ohne Probleme das ganze Zeug abfahren mit gedrückter Taste. So, die ganzen Teeblätter. Du sollst es nicht da hinstellen, du sollst es in der Hand behalten. Pilze. Du sollst es nicht da hinstellen, du sollst es in der Hand behalten. Und was ist das? Süßkartoffeln. Aber es ist alles reif. Ich glaube, wir haben gleich ein Taschenproblem. Das ist nicht reif. Wilde Karotte. Hallo? Geht's noch? Wieso kann ich die nicht ernten? Ey. Das ist doch auch erwachsen. Warum hat er das nicht genommen? Also bei der wilden Karotte. Keine Ahnung, warum die nicht hier... Warum man da nichts ernten kann. Da müssen wir dann nochmal gucken, dass wir da vielleicht was anderes hin machen. Ich habe gedacht, die wilden Karotten könnten wir auch was mitmachen, aber scheinbar nicht. So, Taschen voll. Dann einmal an unsere Kiste. Und die Sachen hier hin. Das war nichts. Da müssen wir demnächst auch mal wieder hier aussortieren. Rüber in die Wohnung bringen. Ins Häuschen. Und das Ganze einsortieren drüben. So. Und außerdem, was ich gerne noch machen würde, hier die Felder so platzieren, dass es einheitlich ist. Also, es gefällt mir nicht, dass hier die Karotten und das andere Zeug so durcheinander wachsen. Und ich glaube, der Melonenstamm... Warum kommt denn da keine Melone raus? Ich muss mal meinen Gast heute fragen. Warum kommt denn aus... Warum kommt denn aus dem Melonenstamm keine Melone raus? Hallo? Sie da drüben. Warum kommt denn aus dem Melonenstamm keine Melone raus? Muss ich da links oder rechts einen Platz freilassen? Ich bekomme gerade etwas Hilfe. Also, ich habe hier einen Melonenstamm. Ja. Der ist erwachsen. Und muss ich hier irgendwie ein Feld freilassen? Okay. Dankeschön. Also, mein Sohn erzählt mir gerade, ich muss hier einen Platz freilassen. Damit die Melone wächst. Ja. Ich sag doch, ich kenne mich da nicht so aus. Dann halt nicht. Schade. Soll ich das da drüben jetzt kaputt machen oder so? Ich weiß es nicht. Also, ich steckrübenpflanze. So. Da müssen wir dann mal gucken, was wir da gepflanzt haben. Dann wird das nämlich ausgetauscht. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung. Wahrscheinlich weg vom Wasser. So. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Maispflanze. Da machen wir die Maispflanze mal weg und gucken mal, ob hier aus dem Melonenstamm was rauskommt. Oder ob ich den nochmal neu pflanzen muss. Das weiß ich nicht. Zwei volle Kisten mit Nahrungsmitteln. Wir können uns vollfressen bis zum Gehtnichtmehr. So. Dann haben wir das auch mal wieder gemacht. War ja auch bitter nötig. Ähm. Ja. Dann Türchen zu. Und. Hier müssen wir eigentlich den Weg auch noch vollenden. Da müssten wir hier eins zumachen. Normalerweise müssten wir zwei Stück zumachen. Damit hier der Weg lang gehen kann. Dann halt nur ein Einer Weg. Hier zum. Zu unserem Acker. So. Ich gucke gerade mal. Ähm. Hier ist der Eingang. So. Dann würde ich sagen. Machen wir mal hier. Einen Weg hin. So. Wo kommt denn unser Weg raus? Da vorne. So. Dann machen wir mal von hier aus. Weil das wollen wir ja eh weitermachen. so. Wie weit noch? Ja. Da sind immer so kleine Sachen. Das fällt mir noch ein. Das fällt mir noch ein. Aber. Das ist ja kein Problem. Und wir brauchen nicht extra weg. Weil wir haben den Rucksack dabei. Und in dem Rucksack ist Ton noch drin. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja. Äh. Nehmen wir mal zwei Stacks raus. Und ich bin froh, dass wir so viel Ton mitgenommen haben. Weil ansonsten würden wir jetzt ziemlich dumm dastehen ohne Ton. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann das. Und hier jetzt. Vor bis zu unserem Gärtchen. Na du sollst nicht da oben drauf. So. Wobei. Wir hier natürlich auch sagen können. Wir brauchen hier links und rechts. Nichts, da es nur ein. Einer Weg ist. Ähm. Da können wir hier dann so gesehen aufhören. Mit den. Ähm. Sandsteinstufen. Und. Dass wir hier wirklich nur so einen kleinen Weg. Rüber haben. Wobei wir hier auch noch einen Weg machen könnten. Aber. Das machen wir dann später. Erst. Ich hole jetzt erst mal Stufen. Das hier machen wir weg. Machen. Hier. Äh. Noch eine Erde rein. Genau. So. Dann können wir hier. Zuckerrohr. Noch ein bisschen anpflanzen. Zuckerrohr. Zuckerrohr. Ähm. Zuckerrohr. Zuckerrohr. So. Da haben wir die drei hier gepflanzt. Dann können wir hier nämlich mit Sandstein weitermachen. Also mit den Sandsteinplatten. Und können den kleinen Weg da in die Richtung auch fertig stellen. Dann haben wir alle Wege. Die wir momentan brauchen fertig. Ähm. Wo waren die Sandsteinplatten. Hier drüben glaube ich. So. Sandsteinstufen heißt es ja. So. Sandsteinstufen. Und es wird schon wieder dunkel. Alter Schwede. Die Tage. Die vergehen hier so schnell. Das Problem ist ich. Ich bin halt zeitlich auch etwas eingeschränkt. Ansonsten würde ich länger machen als einen Minecraft Tag für eine Folge. Aber momentan leider nicht möglich. So. Die Seite haben wir. Dann jetzt noch die Seite. Das Ding noch rein. Keine zwei übereinander. So. Stufe. 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 So. Hier ist jetzt erstmal Ende Gelände. Na das sieht kacke aus. Dann machen wir die beiden hier noch weg. Und den hier auch. So. Dann haben wir hier jetzt unseren Weg. Und der geht jetzt hier rüber. Wir können ja irgendwann noch hier runter irgendwas machen. Dass wir hier so ein kleines Häuschen noch hin machen oder so. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt gehen wir erst mal schlafen. Hier muss man nicht groß ausräumen. Und dann werden wir mal auf Blättersuche gehen. Ähm. Moment. Was ich vorher noch machen möchte. Und zwar möchte ich vorher noch Erde entfernen. So. Ähm. Erde. Das war's mit der Erde. Und Sand machen wir hier oben rein. Gut. Hier ist noch Sandstein. Sandstein. Das muss man dann alles mal aussortieren. Die Sandsteinstufen. Machen wir mal wieder hier rein. Ähm. Den gebrannten Ton. Den machen wir mal hier unten rein. Wobei ich erst das Zeug aus dem Rucksack noch raus hole. Weil ich das ganze Zeug nämlich gerne frei haben möchte. So. Hier unten kommt der gebrannte Ton hin. Da kommt die Erde hin. Und die. Der Sand. Der kommt hier oben rein. Na. Da ist ja noch eins. So. Das haben wir. Dann haben wir jetzt noch die Eisenbahnen. Die Stickys. Die Werkbank. Das Bett. Das Bett. Karpenter Hammer. Können wir auch dann wegtun. Den brauchen wir jetzt nicht. Die Pflanzen. Kommen hier rein. Den Rucksack machen wir hier hin. Schere können wir uns ja jederzeit machen. Schere braucht ja nur zwei Diagonale Plätze glaube ich. Dann gehen wir mal auf. In der nächsten Folge auf Blätter suche. Wobei. Wo habe ich denn die Steaks hin. Die bräuchte ich jetzt mal. Wobei so kurz vorm Schlafen sollte man ja nichts schweres essen. Glaube ich. Ich glaube die haben wir aus Versehen hier drüben in die Kiste. Süßkartoffel. Hier. Steaks. Das wusste ich doch. Bin ja nicht doof. So. Und gut. Hm. Nein. Ich war gerade am überlegen ob ich da noch ein. Ob ich da noch Sandsteinblöcke hin mache. So. Dann essen wir jetzt noch ein paar Steaks. Auch das sie uns schwer im Magen liegen. Und wir heute Nacht Bauchschmerzen bekommen. Und morgen gehen wir dann Blätter suchen.